Es gibt eine Sache, von der wir wissen, dass sie funktioniert. Man erteilt zum Beispiel Bonuspunkte dafür, dass die Studentinnen und Studenten vorher irgendwelche Quizze online beantwortet haben. Es ist sehr schwierig, wirklich alle dazu zu kriegen, ohne solche Maßnahmen sich vorzubereiten. Was ein bisschen schade ist, muss ich gestehen. Eigentlich würde man ja hoffen, dass die Studentinnen und Studenten so erwachsen, wenn man das sagen darf, sind, dass sie wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber es stellt sich heraus, auch allgemein in der Forschung, dass Studentinnen und Studenten nicht unbedingt wissen, was gut zum Lernen ist. Für Studierende ist es vielleicht etwas überraschend, dass man tatsächlich zu Hause schon während des Semesters etwas tun muss oder zu Hause oder auf dem Flur oder im Bus, sonst wo. Weil man ja bei der klassischen Lehrveranstaltung, insbesondere in klassischen Vorlesungen, sehr oft damit durchkommt, dass man einfach erscheint oder auch nicht erscheint und sich beriesen lässt. Man kommt aber mit dem Flipped Classroom bei weitem noch nicht, nach meiner Erfahrung zumindest, bei weitem noch nicht an die Grenzen von dem dran, was nach ECTS eigentlich vorgesehen ist. Diese 30 Stunden pro Credit Point. Was die Lehrenden angeht, wenn man noch keine Videos hat oder andere Online-Materialien, dann ist das natürlich ein bisschen aufwendig. Man kann sehr viel aus dem Netz nehmen. Es gibt existierende MOOCs, von denen man was nehmen kann. Man kann sich von YouTube oder sonst wo was ausborgen. Wenn man es selber machen will, ist das doch einiges an Arbeit. Was ich selbst mache, ist, das total schlank zu halten. Ich nehme nur live auf in der Veranstaltung und sorge auch dafür, dass ich ganz, ganz wenig schneide. Was am nächsten dauert, ist zu schneiden. Bis zum nächsten Mal.